Ok, einen wunderschönen guten Abend. Unsere Chemiestunde seit 273 Tagen das erste Mal. Die letzte Chemiestunde, die wir gesendet haben, war am 19.12. Damals war zu Gast unser Spieler Tobias Schülk. Da muss ich nochmal schnell drauf gucken. Heute haben wir zu Gast einmal den Trainer Florian Schnormerke. Hallo. Hallo. Und Daniel Ziewich. Einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend zurück. Ja, es ist bei uns Tradition, dass wir immer in der ersten Sendung versuchen, den Trainer zu bekommen. Diesmal haben wir sogar das Trainer Team. Das freut uns sehr und möchte gleich mit Florian Losing dir eine Frage stellen, wo ich davon ausgehe, dass du die Antwort nicht kennst. Am 16.04.1977, hast du eine Ahnung, was da alles so passiert ist auf der Welt? Ne, tatsächlich nicht. Aber das ist mein Geburtstag. Das weiß ich natürlich nicht. Aber viel mehr, aber dann auch nicht. Okay. Ich habe mal zwei Sachen rausgesucht, die ich als relevant einstufe, wo man damit vielleicht auch mal wissen sollte. Das eine ist, der englische Außenminister Owen ist damals nach Afrika gereist, die sogenannten Schwarzen Frontstaaten, um dafür zum Thema Apartheid in Südafrika zu diskutieren. Und das andere, was wesentlich wichtiger ist, da war der 22. Spieltag der WDR Oberliga und an dem Tag hat der Hannescher FC gegen Dynamo Gallin gespielt. Wir lagen 0-1 zurück zur Pause. Danach hatten wir mit Hartwig Bayer in der 73. Minute noch den Ausgleich geschossen und hatten da vor 13.500 Zuschauern ein Erfolgserletters. Zumindest den Ausgleich zu holen. War im Übrigen diese Spielzeit eine sehr gute Saison für uns. Du bist 2004, 2005 ins Trainerleben eigentlich eingestiegen. Hattest du damals schon die A-Lizenz zu bekommen? Also erstmal war es natürlich so, in der damaligen Zeit war der Fokus noch total auf den Spieler. Das waren aber ganz, ganz wichtige Erfahrungen, die ich da sammeln konnte. Und mit meinen Lizenzen habe ich dann ein bisschen später begonnen. Aber es war schon immer so, wenn man dann mal vor einer Mannschaft steht, wenn man dann auch sehr, sehr gerne optimal vorbereitet sein will. Also alles, was dann Aufbildung gibt, aufzusaugen. Da war das Ziel schon, irgendwann mal bis zur A-Lizenz zu gehen. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber tatsächlich nicht daran gedacht, vielleicht mal den Fußball-A-Lizenz zu machen. War ja dann im Jahr 2017 tatsächlich so weit. Aber davor gab es dann noch die Station in Erntabrück. Und da warst du am Anfang Trainer der zweiten Mannschaft und bist dann gewechselt als Co-Trainer zur ersten Mannschaft. Du machst gleich auch noch Sportmanager. Ist das so richtig, was bei Wikipedia stand? Ja, so ähnlich war es auf jeden Fall. Also 2010 bin ich hin, dann habe ich die zweite Mannschaft trainiert. Zu dem Zeitpunkt hatte ich die A-Lizenz gerade gemacht und hatte dann auch einfach Lust, gewisse Dinge umzusetzen. Bin dann, wie ich Peter Cestonaro, der Trainer der ersten war, der hat mich dann schon unterstützt oder uns unterstützt mit Spielern und dann hat sich so entwickelt. Im Endeffekt sind wir dann in den ersten beiden Jahren zweimal aufgestiegen. Ja, danach bin ich dann hoch zu ihm als Co-Trainer und die sportliche Leitung war vakant und dann haben wir die Position geteilt. So hat im Endeffekt alles immer einmal Vor- und Nachteile. Das war sehr, sehr zeitintensiv, aber habe dann damals natürlich auch schon einen kleinen Rahmen, so ein ordentliches Netzwerk aufgebaut, um auch Kontakte zu pflegen, wenn es auch um Spielern geht. Ihr seid nicht nur aufgestiegen, ihr wart auch dreimal in der ersten Pokal-Tunnel gewesen. Ja, also das war nochmal Erdebrück für mich. Ja, werde ich natürlich nie vergessen. Acht Jahre sind lang und wenn man in der Bezirksliga startet, ich kann gar nicht oft genug sagen, dann kann man halt davon ausgehen, irgendwann mal dritte Liga zu trainieren. Aber diese drei Einzüge in den DFB-Pokal, Erdebrück ist einfach so ein kleiner Ort, wo du im Schnitt zwei bis vierhundert Zuschauer hast und im DFB-Pokal waren dann 8.000, 13.000 gegen Frankfurt. Das sind unvergessliche Erlebnisse auch dann gewesen. Ja, das ist auch ein wunderschönes Sportlerheim, was Sie haben. Nennt sich aus. Ja, man muss sich ein bisschen vorbereiten, das wäre ja tragisch, wenn man ganz, ganz schlecht ins Interview reingeht. Also von der Seite her sieht das jedenfalls heute sehr, sehr hochmodern aus. Ja, definitiv, hat sich entwickelt, wurde dann auch immer wieder gebaut und vieles uns ermöglicht im kleinen Rahmen, weil das ganz große Stadion hat gefehlt. Bei Risikospielen mussten wir nach sieben umziehen. Aber ansonsten, kann ich sagen, war eine tolle Zeit und vier Aufstiege, drei Abstiege, drei Mal, nein, vier Aufstiege, zwei Abstiege, dreimal DFB-Pokal, da war immer was los. Und ich würde gerne trotzdem mal schon kurz den Schwenk in die letzte Saison machen, weil du auch gerade diese zwei Abstiege angesprochen hast. Sieht man irgendwo auch so Parallelen, von der Art und Weise vielleicht, wie das da passiert ist, wie die Menschen da oder die Spieler reagieren zu dem, wo du dann ansetzen kannst, als Trainer? Ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig für uns Trainer, in welchen Kader dürfen wir trainieren. Und beim HFC war ich fest davon überzeugt, wenn wir der Mannschaft so ein bisschen Angst wegnehmen und ein Erfolgserlebnis möglich ist, zeitnah, was uns zum Glück gelungen ist, dass wir die Klasse halten können. Und in Erntebrück war die Regionalliga eigentlich immer eins drüber. Wenn man immer gesagt hat, in der Oberliga fühlen wir uns viel wohler, dann brauchen wir nicht umziehen. Und die ganze Struktur war eigentlich auf Oberliga ausgerichtet. Wir hatten auch nur Kunstrasenplatz, auf dem wir das ganze Jahr trainiert haben. Und deswegen ist das einfach nicht vergleichbar. Aber natürlich ist es so, die schönen Momente wie auch die negativen, ich bin ein unglaublich ehrgeiziger Mensch, wir hätten die beiden Abstiege da auch total gern verhindert. Wollen wir nochmal wechseln, wenn wir gerade schon mal auch nochmal in der Historie sind, nehmen wir auch Daniel gleich mit. 2013 bis 2015, 66 Spiele bei uns gemacht. Und ein Tor hast du gemacht. Wir hatten gerade gesagt, da muss vorhin noch ein Tor dabei gewesen sein. Das nehmen wir mal außen vor, weil ich mir da nicht so sicher bin. Aber das eine Tor, weißt du? Weißt du, wo das eine Tor du das geschossen hast? Mein Wunser war eigentlich im Cottbus. So etwas kann man sich merken. Und das war auch ein Spiel, wo wir zurückklagen und dieses Tor hast du in der 79. Minute geschossen. Und da kommt noch Marcel Franke und er holt uns dann noch den Sieg im Cottbus. Ich muss immer sagen, immer wenn ich im Cottbus war, vom Stadion her, super Atmosphäre gewesen. Und es war nur sehr, sehr angenehm, da auch Spiele zu moderieren. Ja, natürlich. Für mich war es ein besonderes Spiel, gerade in Cottbus. Und die Konstellation war natürlich auch nicht so einfach. Ja, dann haben wir das Beste draus gemacht. Ich hatte vor dem Spiel schon ein gutes Gefühl, dass ich ein Tor machen könnte. Bei einem Abschlusstraining habe ich eine Querlette geholt und da habe ich dann gescherzt und gesagt, du, morgen ist er drin. Und so kam das dann auch. Dann hatte ich ein gutes Gefühl bei der Wärmung gehabt, weil der ein oder andere schon in irgendeinen Winkel reingeschossen ist. So ist dann die Situation entstanden, da habe ich mir dann einfach gesagt, das heucht, den Ball jetzt einfach aufs Tor. Und dann ging er rein. Dann haben wir im Endeffekt das Spiel noch gewonnen durch eine Standardsituation von Marcel Franke und ja. War das natürlich ein schönes Erlebnis mit dem Sieg in Cottbus. War ja sowieso in der Saison, glaube ich, dass wir auswärts durch die besten Mannschaft waren. Ja, ich glaube, das haben wir uns ja auch als Auswärtsmeister getätigt. Richtig, vollkommen richtig. 2015 hast du aufgehört. Irgendwo habe ich dann für mich zumindest bis 2019 den Faden verloren. Weil für mich eigentlich so offiziell 2019 erst das Trainertum als solches wieder bei dir angefangen hat. Was hast du eigentlich so zwischen diesen oder in den vier Jahren gemacht? Ja, 2015 habe ich mich im letzten Spiel in Osnabrück am Knie nochmal ein bisschen verletzt. Und es war ein bisschen langgieriger. Und dann war die Situation halt, wie geht es weiter? Und dann bin ich halt nicht mehr so aufs Trapez gekommen. Das heißt, ich musste meine Karriere durch eine Verletzung beenden. Ja, und dann hat man halt die Möglichkeit, über die BG eine Umschulung zu machen. Und die dann auch die BG bezahlt hat. Man hat damals im Fernstudio gemacht als Sportjournalist bei der IST. Und konnte dann immer wieder dann mit reinschnuppern beim HFC, bei Lugin 19, beim Hans-Jubit-Gieze. Ja, und so bin ich dann praktisch dem Verein immer wieder treu geblieben. Und dann als Co-Trainer zweieinhalb Jahre. Und dann hat der Verein mir ermöglicht, dann Chefposten bei Lugin 19 zu mir gekommen. Und dann habe ich ein Jahr als Cheftrainer gearbeitet, was sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann ist es dann halt so, es kam die Corona-Zeit. Und dann die Geschichte kennen wir ja. Der Trainer ist gekommen und dann wurde ich gefragt. Und dann haben wir uns so einen Tag gesehen. Und dann haben wir gut über Fußball gesprochen, glaube ich. Einen guten Eindruck voneinander gehabt. Und von daher sind wir das dann angegangen. Und der Rest wird ja, denke ich mal, an der Tischtennisplatte geklärt. Richtig. Das sind nur die Gerüchte, die wir so wahrgenommen haben. Wenn ihr alle beid lacht, kannst du nicht so weit her sein, oder? Nee, wir spielen tatsächlich immer wieder mal. Wobei in der Vorbereitung sehr, sehr selten. Sonst haben wir das in der Mittagspause immer mal getan. Aber wir haben auch Spaß und eine kleine Tischtennisplatte im Kraftraum. Und die haben wir dann schon mal genutzt. Eine spannende Frage, Daniel, die ich noch an dich habe, ist, wenn du jetzt als Trainer nach dem Spiel in den Bus steigst, hast du da andere Gedanken als Spieler? Weil als Spieler gehe ich davon aus, du hast gespielt, so etwas, dass du vielleicht gewonnen hast, oder dass du, Entschuldigung, dass man verloren hat, oder man freut sich, dass man gewonnen hat. Und geht man als Trainer dann, als Co-Trainer dann anders in den Bus vielleicht rein? Macht es sich anders Gedanken? Ja, zum einen wollen wir ja trotzdem Spiele gewinnen. Und wenn wir Spiele gewinnen, so freuen wir uns. Und die Corona-Zeit hat uns, glaube ich, auch sehr geprägt, weil es eine sehr intensive Zeit war. Wir hatten alle drei Tage das Spiel. Das bedeutet, wir haben uns kurz gefreut. Wir hatten aber schon die Spielanalyse auf dem Laptop oder haben wir uns schon auf den nächsten Gegner vorbereitet. Das ist in diesem Wochenrhythmus ein bisschen was anderes. Dann kann man mal durchschnaufen. Man guckt sich das Spiel nochmal an. Also die Zeit Corona war sehr intensiv, weil wir uns, glaube ich, alle drei Tage oder zwei Tage uns vorbereiten mussten auf den neuen Gegner. Das ist natürlich als Spieler nochmal was anderes. Da kannst du mal durchschnaufen. Aber selbst als Spieler war ich so, da hat man gewonnen, hat man sich gefreut und hat sich selber nochmal Input von dem Spiel geholt und hat sich dann eigentlich schon Montag, Dienstag mit dem neuen Gegner beschäftigt. Zumindest war es bei mir als Spieler so. Ja, dann gab es ja die Zeit jedenfalls bei unserem Trainer, dass Groß Asbach deine erste Station war, wo du Cheftrainer einer Profimannschaft warst. Da war es ja so gewesen, dass du ja am 17.02.2018 eigentlich in eine Mannschaft reingeworfen worden bist, die schon da war. War ja im Oktober, dann müsste der 17. Oktober gewesen sein und das ist dann tatsächlich so. War dann zum ersten Mal, wo man jetzt an der Kaderplanung nicht beteiligt war, aber nochmal, wir Trainer können ja auch rein theoretisch sagen, die Aufgabe machen wir nicht. Ja, und ich habe mich riesig gefreut, dass Groß Asbach für mich damals möglich war. Hat den nächsten Schritt eigentlich in der Regionalliga gesehen, auch einmal in der dritten Liga dabei. Wir hatten dann auch, glaube ich, nur drei, war glaube ich auch nur drei Tage Zeit zum ersten Spiel. War damals Meppen, was wir in der Nachspielzeit dann wirklich 1-0 gewonnen haben. Was dann auch ein guter Einstieg war und auch dort war natürlich eine sehr, sehr intensive Zeit mit einer ganz kurzen Vorbereitung im Winter. Und ja, möchte ich nicht missen, die Erfahrung. Und da kam ja das Spiel in Karlsruhe irgendwann. Dann hattest du ja für dich eigentlich ein Jahr Ruhe gehabt, bevor du dann jetzt zum HFC gewechselt bist. Was macht ein Trainer, wenn er momentan nicht an der Seite der Linie steht? Also erstmal, das Allerschönste für uns ist ja immer, mit einer Mannschaft zu arbeiten. Das habe ich total vermisst. Dann nach so einer langen Zeit, weil ich doch gar nicht gewohnt war, so lange warten zu müssen. Ich habe dann immer das eine oder andere, wo ich dann gesagt habe, das möchte ich jetzt nicht machen. Oder wo der Verein dann, den ich interessant gefunden habe, dann gesagt hat, hier ist für uns, wir planen anders. Aber um auf die Frage zurückzukommen, man schaut sich tatsächlich unfassbar viele Spiele an. War fast jedes Wochenende da genutzt, aber auch seltener live im Stadion, sondern viel, viel vor dem Fernseher und hat drei, vier, fünf Drittliga-Spiele gesehen. Wenn man einfach eins machen muss, wenn ein Anruf kommt, man muss ja den Kader kennen. Weil sonst kann man ja sofort anfangen. Und dann kann man auch die Verantwortlichen nicht überzeugen. Und man weiß ja im Endeffekt gar nicht, welcher Verein irgendwann man Trainer sucht. Und deswegen ist das schon eine sehr, sehr intensive Zeit. Und man hat immer das Gefühl, man muss optimal und will optimal vorbereitet sein, wenn der Tag kommt. Also heißt das eigentlich fast noch mehr Stress, weil man sehr viel anschauen muss, gucken muss, als wenn man dann sich auf eine Sache dann fokussieren kann. Ja, es ist auf jeden Fall nicht so, dass man jetzt sagen kann, man kann zu Hause sitzen und macht nichts. Klar gibt es auch die eine oder andere Fahrt, wo ich dann eingeteilt war, musste unsere Töchter zum Turnen oder Ballett fahren oder so. Da ist man dann schon mehr eingespannt, weil in der Woche die Trainingstage fehlen. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, das ist stressiger. Aber am Wochenende hat man eigentlich weniger Zeit wie jetzt, weil definitiv wichtig ist für uns auf aktuellem Stand zu sein. Die erste Zeit als Trainer beim HFC, denke ich mal, war ja damit fokussiert, den Verein gerade so noch vor den Abstieg zu bewahren. Muss man fairerweise so sagen. Wo das Thema abgeschlossen war, sind dann neue weitere Aufträge oder Aufgaben für den Trainer noch dazugekommen, die so erstmal nicht in dem Fokus standen in dem Augenblick, wie zum Beispiel Jugendarbeit? Also erstmal in den dreieinhalb Wochen, die dann waren mit acht Spielen, ist der Fokus natürlich total immer beim Spiel. Die Analyse, wie ich Sie eben schon gesagt, fängt im Bus schon an. Ja, und da steckt man alles an Zeit rein. Natürlich, wenn man dann große Ziele erreicht hat und wir müssen ehrlich sein, wo wir begonnen haben, hatte ich an dem Tag den Eindruck, wir sind schon abgestiegen. Da muss ich wirklich sagen, weil der Optimismus gerade nicht so groß war und wir wissen alle, wie es dann gelaufen ist. Wir haben Mannheim geschlagen, wir haben ihn mit dem Rückstand gedreht, von daher waren das die Dinge, die der Mannschaft viel gegeben haben und deswegen waren wir dann auch unheimlich glücklich, in der Spur zu sein und trotzdem wissen wir alle, wie Enget am Ende auch war. Ja, und jetzt, wenn man mehr Zeit hat, also dann gucken wir sich natürlich, die Wege von Siebel in den Nachwuchs in Kurz, ich war auch schon da, wir haben uns mal alles angesehen und das ist natürlich immer wichtig, genauso, wenn wir jetzt über Spieler gesprochen haben, am Anfang ging es um Positionierung, aber wir hatten da Jungs mit dem Trainingslager aus der U19 und ich finde es sehr, sehr wichtig für einen Verein, wie den HFC, der die Wege kurz sind, mit Leistung belohnt ist oder belohnt werden kann und wenn wir Jungs hier haben, die Perspektive Dritte Liga und das Potenzial dafür haben, wäre der schön, wenn wir viele, viele aus dem eigenen Nachwuchs integrieren können. Ich hatte hier, die Zeitung habe ich auch auf dem Tisch liegen, das passt gerade sehr gut, stand in der MZ drin, dass eigentlich nicht so viele bei uns gefördert werden, aber wenn ich glaube ich mal in unseren Kader schaue, was wir jetzt an A-Jungen oder an Spieler aus dem eigenen Bereich haben, Carstenhofer, Guttau ist dabei, Müller, unser zweiter Torhüter, mal schauen, wie sich das positioniert und dann können wir auch noch Schabakowski mit aufnehmen, das sind ja schon eine Menge an Spieler oder Daniel, siehst du das anders? Ja, natürlich. Also ich habe das ja live mit erledigt, was da im Nachwuchs getan wird, weil die Infrastruktur nicht die optimalste ist, die Möglichkeiten, wird da sehr, sehr viel gemacht und was wir da bis jetzt rausgeholt haben, ist richtig gut. Da wird ein anderer Verein, glaube ich, viel mehr dafür geben, wenn das so passieren würde. Und wenn man jetzt mal gerade auf den U19 und die U17 sieht, ich bin bei der Bundesliga, den einen oder anderen guten Spieler gibt es in U19, der Perspektive hat, wir sagen immer, wir machen die Tür auf, die Jungs müssen durchgehen, aber das ist so ein komplexer Jahr für die Jungs, mit Schule, damit Erfolg, dann müssen sie einen Abschluss machen und dann mit Fußball müssen sie sich weiterentwickeln. Dann ist die Familie, die im Hintergrund mitwirken muss. Also es sind so viele Puzzleteile, die funktionieren müssen, damit so ein Junge es schafft. Aber wie gesagt, ich kann da nur mit Stolz und breiter Brust einfach sagen, weil ich das im letzten Jahr miterlebt habe, was da dafür geleistet hat, die Möglichkeiten, die man dafür hat, das ist großartig. Ja, gerade ihr seid ja auch aufgestiegen damals mit der U17-Mannschaft im letzten Jahr und auch auf der Internetseite steht ja, dass eigentlich die U17 das Flaggschiff ist. Ist das der Bereich U17 so der Sprung, wo sich die Spreu vom Weizen drängt und dann zur U19 hingehen, gucken, wer dann wirklich diesen Schritt dann weitergehen kann? Kann man das so vielleicht... Das ist schwierig. Bin ich nicht aufgestiegen im U17, sondern war es mein Vorgang Gilbert Hernandez, aber der Jahrgang ist schon richtig gut, der das geschafft hat und praktisch jetzt im U19-Jahrgang ist. Mit meiner Truppe letztes Jahr im U17 hat man in der Bundesliga natürlich auch ein bisschen Lehrgeld gezahlt, weil Erwartungshaltung beziehungsweise Durchgängigkeit war nicht gegeben. Von daher arbeiten wir jetzt schon am Limit und arbeiten die Trainer am Limit und ich glaube, dass jetzt für beide Mannschaften im U17 und U19 in der Bundesliga eine große Herausforderung ansteht. Aber ich bin ein guter Dinge, dass die Jungs sich entwickeln, weil es wird es AMO sein, dass man die gut ausbildet und da wird man sehr gut die Reise hingehen. Wäre es für dich wichtig, die beiden Mannschaften auch in der Bundesliga weiterzusehen? Generell ist es immer für die Entwicklung von jungen Spielern sehr, sehr wichtig am höchsten Niveau abgeprüft zu werden jede Woche. Und wir haben jetzt schon gemerkt, also nochmal, die Jungs, die bei uns waren, die haben wirklich einen Stich gemacht und die Wege sollen kurz sein, weil es ist ein Vom, wenn wir jetzt den Transfermarkt von diesem Sommer mal analysieren, wie hart, wie schwer es auch ist, wie viel Finanzkraft viele andere Vereine dann auch haben. Es ist einfach ein Riesenvorteil, wenn Spieler aus dem eigenen Nachwuchs erzeugt dazu haben, 3. Liga zu spielen. Jetzt hast du schon wieder eigentlich das Tor für die nächste Frage geöffnet. Du sagtest, das ist schwierig, auch teilweise auf dem Transfermarkt. Bist du mit dem, was du jetzt auch bekommen hast vom S-Kamp, zufrieden, was da ist? Also erstmal würde ich nicht so sagen, das von Ralf Heskamp bekommen hätte, sondern ich glaube, wir haben im Gesamten unglaublich gut zusammengearbeitet. Sowohl Ziebe, Ralf natürlich auch, aber wir waren mit dem Vorstand im ständigen Austausch, weil ich habe das oft gesagt, dass immer wirtschaftliche und sportliche Faktoren dann eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen. Und wir haben auch gemerkt, bei dem einen oder anderen Spieler, ohne jetzt Namen zu nennen, wenn da andere Vereine eingestiegen sind, dann war es halt nicht mehr möglich, die Jungs zu bekommen. Und trotzdem, ich habe es auch schon mal vor ein paar Wochen erwähnt, war für uns ganz, ganz wichtig, dass wir den Eindruck hatten, die Jungs wollen auch gerne zu uns. Wir wollten keinen überreden. Wir haben immer gesagt, dann sollen die Jungs lieber was anderes machen, wenn sie nicht überzeugt sind, weil im Endeffekt wollen wir gute Leistungen auf dem Platz sehen. Und da muss sich jeder Spieler auch mit unserem Klub identifizieren. Daniel, wart ihr denn alle beide mit dem Trainingslager und mit der Vorbereitung vollumfänglich auch zufrieden? Ja, grundsätzlich waren wir zufrieden. Gute Bedingungen an dem Trainingslager, sagt man immer, guter Platz, gutes Essen und gute Schlafmöglichkeiten. Das sind die drei, die wichtig sind. Von daher war das alles okay. Mit Gegebenheiten, die wir hatten, mit Verletzungen waren wir auch verschont. Also von daher bis jetzt, stand jetzt, hat alles bis jetzt gut funktioniert und sind jetzt auf der Zielgeraden, was Vorbereitung angeht. Magdeburg steht vor der Tür. Von daher freuen wir uns alle schon auf das Spiel. Bad Blankenburg ist ja ein Ort, wo wir auch als HBC-Generator schon des Öfters sein durften. Und gerade wenn man die Plätze sieht, kann da schon richtig, richtig heiß werden. Aber da gibt es ja auch an der Seite den schönen Bach, wo man sich da mal auch ein bisschen abkühlen kann. Hatten wir jedenfalls auch bei uns öfters gesehen. Also seid ihr soweit zufrieden und freut euch auch auf den Start am Sonntag. Ja, definitiv. Ich habe gestern schon gesagt, also es ist so, dass wir mit dem jetzigen Stand zufrieden sein können. War eine sehr intensive Vorbereitung, weil auch länger wie normal. Wir hatten sechs Wochen Zeit. Am Anfang sind wir mit drei Neuzugängen gestartet. Jetzt sind wir bei neun Neuzugängen und haben die Kaderplanung abgeschlossen. Da war eine Menge los. Zwischendurch hatten wir natürlich dann tatsächlich, ich will jetzt nicht Frust ist ein großes Wort, aber dann haben wir schon mal mit zwölf oder vierzehn Spielern trainiert und waren deswegen sehr dankbar, die U19-Jungs mitzunehmen ins Trainingslager. Auf dem besten Platz, auf dem wir aber trainiert haben. Bis jetzt war bei uns im Stadion, da durften wir rein, wie wir aus dem Trainingslager zurückkamen, wo der Media Day von der dritten Liga war und dann hat man schon den großen Unterschied gesehen zu Bad Blankenburg oder zu unserem Trainingsplatz und hat einfach dann Spaß gemacht, auf so einem guten Platz zu trainieren. Aber ansonsten sind wir mit dem jetzigen Stand wirklich zufrieden. Die Stimmung ist positiv und die Vorfreude natürlich auch riesig. Ich weiß, dass die Frage zum Spiel Braunschweig ja schon leider des Öfteren angesprochen wurde. Ich hatte für mich das Gefühl und ich bin kein Trainer, ich bin einfach nur ein kleiner Zuschauer, dass wir sehr behäbig, sehr langsam gespielt haben. Und auch wiederum die andere Seite, was du auch gestern in der PK gesagt hast, dass wir bestimmte Sachen hinten aber auch sehr gut gelöst haben im Kurspassspiel. Die Behäblichkeit, war die vorhanden oder habe ich das falsch gesehen? Also generell, überall steht erstmal wenn wir mit dem Ergebnis und Ergebnis ist nun entscheidend, im Fußball überhaupt nicht zufrieden waren und deswegen war auch ein bisschen Enttäuschung da. Wenn wir jetzt die Vorbereitung nehmen, da war bestimmt nicht alles perfekt, da war bestimmt nicht alles schlecht, aber wir haben viermal gewonnen, in Rudolfstadt komplett durchgewechselt, ohneentschieden gespielt, hatten uns auch anders vorgestellt und haben jetzt verloren. Wir haben, ich habe gestern gesagt, bei einem Einwurf nicht gut verteidigt, kam nach einem Abschluss Gegner nicht schnell in die Ordnung. Bei einer Standardsituation haben wir Proschwitz freigelassen, das sind erst ein paar Sachen, die wir besser machen wollen. Es gibt gerecht, dass wir im Umschalten, im eigenen Ballbesitz, sicherlich Tempo zulegen können, ist aber vielleicht auch dem geschuldet gewesen. Wir hatten nicht in den letzten beiden Tagen vor dem Spiel, sondern zu Beginn der Woche haben wir sehr, sehr harte Trainingseinheiten gehabt, wo die Jungs auch dann wirklich richtig K.O. waren. vielleicht haben wir das dann in dem Wochenende noch mitgenommen. Das wird man bei Braunschweig nicht vergessen darf und ich will bestimmt nichts schönreden. Nochmal, wir waren nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Da stand eine gute Mannschaft auf dem Platz. Die haben uns eiskalt bestraft. Ich finde so Jungs wie Felix Groß oder Proschwitz oder Kessel, der Kapitän der Mannschaft war, dann auch nicht schlecht. Und trotzdem ist unser Anspruch natürlich ein anderer. Wenn wir Zuschauer im Stadion haben dürfen an dem Tag, dann hätten wir uns gerne natürlich besser präsentiert, aber vor allem die Situation, die wir vom Tor trotz allem hatten, auch wenn man ein bisschen behäbig war, die will man dann erfolgreich zum Abschluss bringen. Da haben wir eigentlich eine fast schon zu selbstkritische Mannschaft gesehen. Wir waren so enttäuscht, die Jungs, die mussten wir fast erst mal aufrichten, wo wir dann gesagt haben, ist jetzt eher ärgerlich, aber war trotz allem auch nur ein Testspiel. Schabakowski hat mir an dem Tag für die kurze Zeit sehr gut gefallen. Das möchte ich einfach nur mal erwähnen. Liegt er an dem Tor? Nein, liegt nicht an dem Tor. Ich finde, er bringt eine enorme Dynamik mit ins Spiel. Das ist meine persönliche Sichtweise. Daniel, wie siehst du das? Ist er sehr dynamisch? Nein, es ist schon ein sehr talentierter Spieler, der große Möglichkeiten hat und großes Talent hat. Aber wir müssen immer im Ganzen gucken, dass er natürlich was, was Taktik angeht, noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Und wir sehen ihn ja immer. Also wenn einer gut spielt und gut trainiert, warum sollen wir ihn draußen lassen? Aber der Junge braucht noch ein bisschen Zeit, weil wir wollen auch nicht verheizen. Wir hatten auch eine Phase gehabt, eine Corona-Zeit, wo er mit Meppen reingekommen ist und dann wieder ein bisschen zurückziehen muss. Und dann macht er in Würzburg ein gutes Spiel, bereitet das Tor vor, Schritt für Schritt, dass wir den Niemlich verheizen. Der wird sein Ding machen. Aber das heißt nicht, dass jetzt am Anfang gleich Vollgas und 100 Prozent, sondern der Junge muss wachsen mit seinem Talent, mit seinen Aufgaben und dann wird er seinen Weg machen. Ist Guttau da ein gutes Beispiel für ihn zum Beispiel? Ja, bei Juli Guttau ist natürlich so, er ist schon ein bisschen älter, hat schon ein bisschen mehr Erfahrung, ein paar Einsätze mehr. Ich muss fast sagen, in den letzten Spielen der letzten Saison, wie er da gespielt hat, war fast unfazichtbar für uns. Ein Riesenpotenzial, einen unglaublich guten linken Fuß, hat wahnsinnig Standard gespielt, hat Tore erzielt. Wir haben dann das ein oder andere Spiel gehabt, wo wir ihn schon überreden mussten, das Spiel, da war mal eine Erkältung dabei oder war auch mal müde. Und trotzdem bei Scherbakowski müssen wir auch klar sagen, weil Siebert gerade erwähnt ist, ein Junge mit sehr, sehr großen Fähigkeiten, wenn wir so kleinen Spielformen sind, dann sieht man auch immer den Straßenfußballer in ihm. Er hat dann auch Bewegungen und Abschlüsse drauf, die man dann vielleicht nicht lernen kann. Wichtig ist nur, wir hatten auch in der Vorbereitung mal ein Gespräch mit ihm, der seine Unbekümmertheit erhält, der sich nicht zu sehr unter Druck setzt oder Druck setzen lässt, weil er einfach ein bisschen Zeit braucht. Aber er ist fleißig, er ist in den letzten Trainingstagen einer der Letzten, die gehen. Das ist immer ein gutes Zeichen, er arbeitet hart und wir freuen uns natürlich riesig, wenn so ein Junge reinkommt. Macht dann aus den Aktionen, die er hatte, auch noch ein Tor. Ja, und ist dann, er hat den Tantenjungs ja auch Selbstvertrauen und ist dann auch wieder eine Option mehr. Und trotzdem, wie Sieben schon sagt, in Würzburg ohne Druck, hat der Dörf fantastisch gemacht. Ja, jetzt ist ja der Fokus schon für uns ganz klar auf Sonntag. Wir werden das Glück haben, auch dabei sein zu dürfen und dieses Spiel zu berichten. Wie sieht jetzt die Vorbereitung aus? Wie sehen die nächsten Tage bis zum Spiel aus? Christenburg geht es ja schon in den taktischen Bereich, wo wir Gegner natürlich dann analysieren, beziehungsweise Sie machen das schon, aber vor den Jungs mit Videomaterialien. Dann werden wir uns dann die zwei Tage mit allen Facetten, die im Spiel möglich sind und nutzbar sind, werden wir anwenden im Training an den Jungs, das ist eine Theorie, eine Praxis mitteilen, damit alle so gut vorbereitet sind auf Sonntag, damit der Verkass geben kann. Hast du da gute Beispiele schon in dem Pokalspiel gesehen, was vielleicht euch nützen kann dann? Wir sind ja ganz unter uns, ne? Niemand dabei weiter. Nein, es geht natürlich einmal darum, welche Stärken hat der Gegner und trotzdem glaube ich, hat jeder Gegner, jede Grundordnung, der ist Räume zu, die wollen wir gerne für uns finden, im Optimalfall. Und wie Siebe gerade sagt, wir starten morgen mit einer Videoanalyse, dürfen morgen im Stadion trainieren, was fantastisch ist und dann geht es natürlich immer darauf, wie werden wir angelaufen vom Gegner, wie können wir uns befreien aus dem Druck und wie können wir anlaufen, um eventuell Zugriff zu kriegen. Dann geht es nochmal um Standardsituationen, weil die müssen wir verteidigen, eine Menge Körpergröße, eine Menge Wucht, die einfach Magdeburg auch hat. Und trotz allem geht es eigentlich in der ganzen Trainingswoche, bei allem Respekt vor dem Gegner, bei jeder Analyse zum Gegner, immer darum, was müssen wir tun, damit wir gewinnen können. Und im Optimalfall, wenn ihr dabei seid, sehen wir am Sonntag hoffentlich ein paar Dinge davon. Das wäre sehr, sehr schön, weil in den letzten Jahren kann ich mich leider nicht mehr über ein sehr positives Erlebnis erfreuen. Es ist immer eine Qual, das möchte ich nochmal darlegen, es ist eine Qual in Magdeburg zu verlieren und dann durch diese ganzen Fans rauszumarschieren mit der Technik. Es ist die Höchststrafe. Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, ich bin jetzt, glaube ich, drei Monate und ein paar Tage da, aber ich habe ganz, ganz selten so häufig eine Statistik gelesen. Zwei unentschieden, sechs Niederlagen, das waren die letzten acht Partien und der ist mir auch tatsächlich in dieser Woche wieder mehrfach zugeschickt worden und vom ersten Derby bin ich gefragt worden, wie das für mich ist. Und eins kann ich sagen, nach dem ersten Derby, ich weiß mittlerweile total, was Derby bedeutet gegen Magdeburg. Und aus der Statistik ziehen wir eine unfassbare Motivation, auch gegen 7.500, eine Top-Leistung abzuliefern. Wir können keine Ergebnisse versprechen, das kann man im Fußball einfach nicht. Aber wenn uns gelingt, die Top-Leistung auf den Platz zu bringen und beim letzten Mal hat uns eine Minute gefehlt, wäre es verdammt gut, wenn wir ein ehrlich gutes Ergebnis liefern können wieder. Oder ein Schiedsrichter, der etwas mit Augenmaß gegangen ist. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wie hast du die Magdeburg-Spielung erlebt? Ich habe nicht so viel mitmachen, so wie im Landespokal, ich habe das letzte Mal in Magdeburg gewonnen. Und da war ich noch mit dabei. Das war ein schönes Erlebnis in Magdeburg. Ansonsten hatte ich mal ein Landespokalfinale hier in Halle, wo wir 3-0, glaube ich, und dann noch 3-0 verloren. Das war nicht so schön, weil es das letzte Spiel war, dann sind wir die Sommerpause marschiert, aber ansonsten viel Brisanz, viel Wucht, viel Aggressivität, viel Hektik, Stress. Also es wird am Wochenende alles mit dabei sein, denke ich. Und nochmal, das Thema ist, es sind Zuschauer da. Das sollte uns eher motivieren, als irgendwo dann irgendwo eingeschüchtert auf den Platz zu gehen, sondern eher positiv. Und so werden wir die Jungs auf einstellen. Ich glaube, dass jeder heiß ist auf das Spiel. Ich finde das auch immer, dass es eigentlich schöner ist, wenn man alle gegen sich hat. Das macht das Leben manchmal einfacher. Vor allem, wenn man dann auf dem Platz steht. Weil ich trotzdem sagen muss, wir werden natürlich auch sehr, sehr gerne unsere Fans dabei. Ja, das wollen wir auch hoffen, dass das bald wieder etwas noch mehr an der Stückzahl da ist. Gerade auch, wenn die Fankurve nicht da ist, wo doch sehr, sehr viel Stimmung auch produziert wird und wo natürlich auch Emotionen da sind, ist das eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir haben immer so einen Punkt, da falle ich manchmal auf die Nase, weil ich sehr schlecht vorbereitet bin. Regelkunde. Gibt es denn neue Regeln, die die Spieler jetzt vor der Saison wissen müssen, was sich jetzt geändert hat? Das ist sehr interessant. Da würde ich direkt deine Ziele weitergeben, weil er die Regelkuppel mit uns gemacht hat, im Trainingslager in Bad Blankenburg. Ja, das wichtigste ist die Handregel gewesen. Also, alles was praktisch unterhalb von Axel ist, ist dann praktisch Hand. Und alles was über ist, zählt dann zur Schulter und wird in der Regel nicht gepfiffen. Aber nochmal, da gibt es noch den Abstand, in welcher Höhe, dann mit einer absichtlichen Handspiel. Also, es wird zwar eine Regelkunde gemacht, aber es wird auf dem Spielfeld zu unterschiedlich gepfiffen. Deswegen wird das schwierig sein. Es ist auch ein Abstand dann, von Mauer. Dann gibt es auch eine Situation, zum Beispiel Auswechslung, das ist vielleicht noch das Wichtigste, dass es Nummer 3 Auswechslung sind, statt 5, das ist was für uns wichtig ist. Alles andere haben wir zum Beispiel jetzt ein Thema gehabt, wo wir mit Köcke gespielt haben. Wenn jetzt unser Sturm aus dem Abseits rauskommt, dann nimmt der Ball in der eigenen Hälfte an, dann wird dort ausgeführt und wird gepfiffen, wo er den Ball annimmt. Und die Regel gibt es aber schon zwei Jahre. Also, es hat da nie irgendjemand interessiert oder es nicht mal irgendwo in die Richtung stattgefunden. Von daher, es gibt viele, nicht mehr so viele Regeländerungen, aber die paar, die wir haben, bin ich mal gespannt, wie man die alle umsetzt. Weil es ist die eine oder andere Situation immer dabei, wo man schon sagt, das ist sehr kompliziert. Ja, wenn ich mich an diese Änderung der Regel daran erinnere, wo die Auswechslung durchgeführt wurde, muss man wirklich sagen, der HFC ist immer sehr vorbildlich. Die sind dann auch da rausgegangen, wo sie rausgehen, wo sie am nächsten waren. Und andere Mannschaften haben sich trotzdem Zeit gelassen und sind dann zur Mittellinie gegangen, wo die Trainer stehen. Und da hat keiner was gesagt. Das ist ja eine Regel eigentlich gelbe Karte. Ja. Aber das ist dann halt zwischen Theorie und Praxis relativ schwierig. Gut. Dann haben wir ja noch für mich jedenfalls zwei Verletzte auf dem Schirm. Ich lasse mal Tobias Schilk raus, weil der fällt ja nun schon seit Längerem aus. Ich finde es auch toll, dass der Verein ihm eine Perspektive gegeben hat, um sich wieder aufzubauen, um vielleicht diesen Sprung auch wieder zur ersten Mannschaft zu schaffen. Aber Syre ist momentan verletzt und Gündes ist verletzt. Wie schaut es denn bei den beiden aus? Tony Syre hatte Probleme mit der Faszie am Fuß. Bis jetzt in meinem individuellen Training hatte er jetzt auch schon mal Fußballschuhe an, um ein paar Übungen zu machen. Aber man muss ja von Tag zu Tag immer neu entscheiden. Dann muss irgendwann schmerzfrei sein, weil er zum Ende der Saison mit den Schmerzen schon gespielt hat. Und er dauerhaft natürlich dann keinen Sinn macht. Und dann haben wir in der ersten Vorbereitungswoche, wo er einfach mit schmerzfrei war, gesagt, hier machen wir jetzt den Cut. Das ist ständig in Behandlung. Bei Sinem Gündes, ja, das ist halt manchmal das Problem, wenn falscher Ehrgeiz eine große Rolle spielt. Er hatte muskuläre Probleme im Trainingslager schon. Gegen Rudolstadt wäre es besser gewesen, wenn wir wieder rausgekommen haben. Nach der Einwechslung. Er hat aber dann unbedingt spielen wollen. Ja, und so haben wir jetzt am Ansatz oben einen ganz kleinen Faserriss gehabt. Ist heute in Lauftraining eingestiegen. Für Sonntag natürlich zu früh. Schade. Wäre eine interessante Option für unseren Kader gewesen. Aber nochmal, im Endeffekt, wir sagen immer, wir müssen viel kommunizieren untereinander. Aber man muss doch die Jungs dann verstehen, die dann natürlich unbedingt wollen, wollen, wollen. Und andersrum sind wir auch froh, wenn sie nicht bei jeder Kleinigkeit kommen. Aber bei Selim wäre es wahrscheinlich besser gewesen, er hätte zwei Tage vorher Bescheid gesagt, dann hätten wir vielleicht eine Verhärtung gehabt oder eine kleine Zerrung oder wie auch immer. Jetzt ist es leider so gekommen. Ich hoffe, dass er zeitnah zurückkommt. Letzter Punkt bei mir, den ich noch auf dem Zettel stehen habe, das ist mir aufgefallen, weil ich das noch nie gesehen habe beim HFC. Athletiktrainer beim Aufwehren dabei gewesen. Ist das eine Sache, die jetzt im Zuge, also während des Spiels, wenn in der zweiten Halbzeit die Jungs hinten sich wahrmachen, ist das eine Sache, die jetzt bei euch neu eingeführt worden ist? Was heißt neu eingeführt? Also erstmal Ken Kaiser ist natürlich dann bei allen Dingen auch dabei gewesen. Jetzt in der Saison ist es sowieso, oder auch wenn man eigentlich immer zieles Part vor den Spielen, der jetzt beim Heimspiel dabei war und dann die Jungs hinterm Tor auf, während das ist okay, wird auch weiterhin so sein, bei Auswärtsspielen wird Kenner in der Regel nicht dabei sein, da wird alles so gehandhabt wie immer. Da hat man nur so mitbekommen, aber du hast mich noch auf eine interessante Frage gebracht. Er macht das Aufwärmen, was macht der Trainer in der Zeit? Der Trainer ist eigentlich in der Zeit beschäftigt mit der Aufstellung des Gegners, wir verteidigen ja zum Beispiel unsere Standards bisher in der Raumandeckung, dann guck mal, wer kommt beim Gegner, wen teilen wir wie zu? Und darum geht es eigentlich dann immer permanent, sobald die Aufstellung vom Gegner da ist. Gibt es Gedanken dazu machen? Ja, nein, Gedanken haben wir uns dann vorher schon gemacht. Es geht ja auch um Körpergröße, wer welche Körpergröße verteidigt. Und wir müssen ja mal sagen, wenn wir unsere drei Jungs am Fünfer sehen, das waren ja zuletzt Beuth, Reddemann und Mähnich, dann haben wir ja schon mal eine ganze Menge Körpergröße, die da steht, weil wir sagen, wir können damit viel verteidigen. Er hat aber zur Folge, wenn fünf weitere Spiele einlaufen, zum Beispiel einer einläuft, der keinen Gegenspieler hat, der ist dann in der Regel hoffentlich immer etwas kleiner, wenn wir ihn zugeteilt haben. Und dann gucken wir natürlich, wer welche Position und wer von der Körpergröße von unseren Jungs und von der Kopfballstärke zum Gegner passt. Das macht man dann eigentlich immer, wenn man vor dem Spiel in aller Ruhe, manchmal, wenn alles perfekt gelaufen ist und die Aufstellung schon vorher da ist, gucke ich mir aber auch schon mal auf den Programm an. Ich bedanke mich, dass wir heute die Zeit hatten, euch hier zu haben. Wir wollten es kurzweilig gestalten. Meine Fragen sind durch. Von der Seite her bedanke ich mich, dass ihr da wart, dass ihr für das Fanradio die Zeit genutzt habt. Es ist eine ganz, ganz tolle Sache. Erstmal Dankeschön. Hier habe ich noch einen Punkt, den ich eigentlich am Anfang machen wollte und den habe ich jetzt aber noch gesehen. Hinter uns ist ein Bild, du kannst es nicht wissen, Eckbert Brauer, ein verdientes Mitglied der HFC-Fan-Gemeinde, der vor dem Jahr verstorben ist, am 14.09. sein Todestag gewesen. Ich habe das Bild nur gesehen oder wir alle, Krümel und Kaupe ist ja auch hier. Von der Seite her haben wir da auch an ihn gedacht. Also von der Seite her, wir wünschen uns eine ganz, ganz tolle Saison, dass ihr wirklich die Emotionen auf den Platz bringt durch die Mannschaft, wie wir die letzten Spiele gesehen haben, weil das war nämlich der alte HFC, genauso wie wir ihn sehen wollten. Und von der Seite her, Dankeschön, dass ihr da wart und tschüss. Sehr gerne. Gerne. Und vielen Dank. Okay, ich habe eine Frage. Boah, 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 boah. Boah, 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 boah. Wochen fühlen sich die Jahre ein...